Dann rufe ich jetzt auf Top 3. Das ist der Setzpunkt der CDU. Erste Lesung Gesetzentwurf der Landesregierung Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024. Verbunden mit Top 63, das ist der Antrag der Landesregierung Finanzplan des Landes Hessen für die Jahre 2022 bis 2026. Die Redezeit beträgt vereinbarungsgemäß 20 Minuten. Es gibt auch eine festgelegte Rednerreihenfolge. Insofern darf ich zunächst zur Einbrungung Herrn Staatsminister Boddenberg das Wort erteilen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete! Ich darf heute den Haushaltsentwurf für das Jahr 2023 und 2024 sowie die neue mittelfristige Finanzplanung bis 2026 dem Landtag vorstellen. Ich stehe hier mit einer starken und geschlossenen Koalition im Rücken. Unsere gemeinsame Pressekonferenz hat deutlich gezeigt, die Hessische Landesregierung unter diesen beiden Regierungsfraktionen arbeitet in unruhigen Zeiten vertrauensvoll zusammen. Sie löst Probleme miteinander und nicht gegeneinander, wie man das andernorts beobachten kann. Für uns in Hessen gilt, wir lösen die bestehenden Aufgaben einerseits und halten auch in unruhigen Zeiten andererseits Kurs. Genau dafür steht dieser Haushaltsentwurf 2023-2024. Ihr Zwischendurchlachen, Herr Weiß, knüpft an Ihre Pressemitteilung nach der gemeinsamen Pressekonferenz. Es scheint mir so zu sein, dass es Sie ärgert, dass der Finanzminister gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten und dem stellvertretenden Ministerpräsidenten einen Haushaltsentwurf vorstellt und damit auch Ihnen, der eine glasklare Handschrift dieser Opposition trägt. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Das sollte ich wieder anders formulieren. Also eine glasklare Handschrift der Koalition. Danke, ich kann mich auf meine Kolleginnen und Kollegen in der Koalition verlassen. Ja, aber, meine Damen und Herren, zum Ernst, Herr Kollege Weiß, wir alle hatten die Hoffnung, dass nach dem langsamen Abklingen der Corona-Pandemie wieder Normalität einkehrt. Leider ist es anders gekommen, und ich glaube, alle Kolleginnen und Kollegen der unterschiedlichen Landesregierungen stehen im Moment vor den gleichen Herausforderungen, auf die ich später noch reingehe. Leider hat dieser verbrecherische russische Angriffskrieg gegen die Ukraine den langen Frieden in Europa brutal beendet. Der Krieg in der Ukraine sorgt für immenses Leid. Aus machtpolitischem Größenwahn heraus zerstört Putin völlig sinnlos das Leben unzähliger Ukrainerinnen und Ukrainer. Auch für uns in Deutschland hat der Krieg weitreichende Folgen drastisch in die Höhe, schnellende Kosten und Preise. Die Angst vor einem Blackout oder vor einer kalten Wohnung im Winter, eine hohe Zahl von Menschen, die bei uns Zuflucht suchen, dies alles führt auch in Hessen zu großer Verunsicherung. Die ganz konkrete Zukunftsangt zeigt sich mittlerweile dann auch in vielen Wirtschaftsindikatoren. Trotzdem möchte ich eine sehr deutliche Botschaft auch nach draußen senden, Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, wir alle sollten der Meinung sein und sollten dies auch selbstbewusst vertreten, gerade in diesen schwierigen Zeiten. Deutschland und Hessen vor allen Dingen verfügen über die politische und finanzielle Kraft, um auch dieser Krise zu trotzen. Ich glaube, wir dürfen sagen, auch wenn die Corona-Pandemie und die Folgen noch nicht vollends überwunden sind, wir haben gezeigt, dass wir in einem starken Land leben, das sich gerade auch in Krisenzeiten bewährt. Wir profitieren davon, dass wir in den vergangenen Jahren gut gewirtschaftet haben. Zwischen 2016 und 2021 mussten wir nur in einem einzigen Jahr, das war das Jahr 2020, neue Schulden aufnehmen. In den meisten anderen Jahren haben wir Schulden getilgt und damit Kraft geschöpft. Das ist ein Verdienst der Schuldenbremse. Ohne die, davon bin ich fest überzeugt, das fröhliche Schuldenmachen der vergangenen Jahrzehnte sich ungebremst fortgesetzt hätte. Deshalb bin ich auch nicht bereit, die Schuldenbremse ohne Weiteres und vorschnell zur Disposition zu stellen. Angesichts der vielen Krisen kann ich Ihnen heute aber, wie viele andere, nicht sagen, ob das auch so bleiben wird. Wir werden morgen in der Finanzministerkonferenz sicherlich einige sehr aktuelle Fragen zu erörtern haben. Es ist ja kein Geheimnis, dass insbesondere in den Reihen der sozialdemokratischen Kollegen die Schuldenbremse mit großen Fragenzeichen versehen wird. Auch der Bundesfinanzminister hat ein sehr, sehr großes Fragezeichen bei seinem Nachtrag hinterlegt. Aber ich will deutlich sagen, ich glaube, dass wir die Kraft haben sollten, zunächst einmal bei all dem zu bleiben, was wir uns im Grundgesetz und in der hessischen Verfassung vorgenommen haben. Unruhige Zeiten und alles, was damit einhergeht, ist unter dieser verfassungsgemäßen Verankerung der Schuldenbremse auch vorgesehen, nämlich damit umzugehen. Meine Kolleginnen und Kollegen, wie Sie wissen, befinden sich die Länder derzeit in intensiven Verhandlungen mit dem Bund über ein drittes Energieentlastungspaket. Die Landesregierung, das will ich hier auch noch einmal deutlich sagen und machen, hat jeweils deutlich signalisiert, dass wir selbstverständlich bereit sind, unserem Teil beizutragen. Wir brauchen insgesamt eine spürbare Entlastung für Menschen und Unternehmen, um die Auswirkungen der Krise, die mit dem Krieg einhergeht, abzufedern. Wir brauchen klare Regelungen, damit Menschen und vor allen Dingen auch Unternehmen planen können. Wir warten in Hessen deshalb nicht einfach ab, bis sich die Bundesregierung endlich zu den Eckpunkten eines breiten Abwehrschirms durchgerungen hat, sondern wir werden bereits jetzt aktiv. Um die Härten der Energieknappheit abzumildern, haben wir uns Ende September bereits auf dem Sozialgipfel gemeinsam mit den Verbänden auf zahlreiche Hilfen verständigt. Das Gesamtpaket soll bis zu 200 Millionen € empfassen. Dieses Geld haben wir im Haushalt 2023 auch veranschlagt. Ich will das einmal an der Stelle sagen, ich habe es schon im Ausschuss gesagt, Herr Kollege Rudolph, ich habe mich gefreut über die durchaus grundsätzlich sehr positive Resonanz von Ihnen persönlich und der SPD-Fraktion. Ich glaube, das zeigt auch, dass wir in wesentlichen Punkten beieinander sind und gemeinsam handeln sollten, das ist ausdrücklich eine, ich finde, wichtige Signal- und Botschaftswirkung in die Öffentlichkeit, dass die Demokraten beieinander sind. Auch im laufenden Jahr sind wir bei allen unabweisbaren Mehrbedarfen selbstverständlich handlungsfähig. Wir haben neben den Unternehmen mit dem, was wir auf dem Gipfel verkündet haben, auch diejenigen im Blick, die voraussichtlich durch das Raster oder möglicherweise durch das Raster der Bundesmaßnahmen fallen werden. Unterstützung wird es beispielsweise für Vereine geben, für die Tafeln geben, aber es wird auch Unterstützung geben für kleinere Unternehmen, die von Liquiditätsproblemen betroffen sind. Mit einer Nebenbemerkung will ich darauf verweisen, dass ich einer der Treiber war in Berlin, bei den Kolleginnen und Kollegen auch im Bundesfinanzministerium, dass wir den sogenannten Katastrophenerlass Leid haben, der es nämlich möglich macht, dass Finanzämter sehr schnell entscheiden, wenn Herabsetzungen von Steuervorauszahlungen durch diese Unternehmen beantragt werden. Ein wichtiger Punkt zur Sicherung deren Liquidität. Aber wir wollen zusätzlich auch sogenannte Energiemikrodarlehen möglich machen, gemeinsam mit der WIBank. Auch darüber ist schon im Gipfel und nach dem Gipfel, aber auch im Haushaltsausschuss berichtet worden, um kleineren Unternehmen, die in Liquiditätsprobleme geraten sind, kurzfristig zu helfen. Unabhängig davon, meine Damen und Herren, wissen Sie, und das ist der neue Teil des Haushaltsgesetzes, dass wir nicht nur Rekordinvestitionen in den nächsten Jahren haben, die dafür sorgen werden, dass wir schlichtweg auch Stabilität bei den vielen Partnerinnen und Partnern des Landes insgesamt erreichen und stärken können. Sie wissen aber auch, dass wir weiterhin flüchtlingsbezogene Aufwendungen haben, die immerhin um 150 Millionen € steigen, weil wir Zugänge haben, die auch natürlich in erster Linie mit dem Krieg, aber nicht nur mit dem Krieg und den Folgen zu tun haben. Es wird weiterhin so sein, dass wir im Klimaschutz investieren und natürlich auch Vorsorge treffen für das, was die Corona-Pandemie noch anfolgt, auch im nächsten und möglicherweise übernächsten Haushalt. Wir stärken die Krankenhäuser, ein wichtiger Punkt, auch ein wichtiges Signal in Richtung der Gesundheitswirtschaft und der Beschäftigten. Ich will einmal die Zahlen nennen. In dem Doppelhaushalt sind zur Förderung der Krankenhäuser von unserer Seite 1 Milliarde € vorgesehen. Das ist mit Abstand die größte Unterstützung, die wir in der Geschichte dieses Landes in Richtung der Krankenhäuser und der Träger der Krankenhäuser hatten und haben werden. Wir haben eine ganze Reihe von Dingen unter dem Thema Klimaschutz, aber auch weiterer Innovationserfordernisse des Landes schlichtweg abgebildet, auch und nicht zuletzt mit Blick auf die Regierungserklärung des Ministerpräsidenten zu einem Amtsantritt. Die inhaltlichen Schwerpunkte sind und bleiben unabhängig der Krisen natürlich weiterhin die Bereiche Bildung, innere Sicherheit oder Sicherheit und Justiz, Pflege, Digitalisierung und Infrastruktur. Was heißt das in konkreten Beispielen? Ich will Ihnen noch einmal einige nennen. Im Klimaschutz haben wir, ich hatte es eben schon erwähnt, eine Größenordnung von 1,8 Milliarden € vorgesehen, in diesem Doppelhaushalt. Also Klimaschutz ist und bleibt weiter eine der absoluten prioritären Projekte dieser Landesregierung gestützt durch die Regierungsfraktionen von CDU und GRÜNEN. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ja, wir haben viele Aufgaben zu bewältigen im Bereich der inneren Sicherheit und der Justiz. Die Regierungserklärung gestern von Prof. Roman Kosek hat, glaube ich, sehr deutlich gemacht, dass es einen Schwerpunkt dort geben wird, nicht nur bei den Richterinnen und Richtern und Staatsanwälten, sondern auch bei unterschiedlichsten Erfordernissen in der Verwaltung und in den Justizvollzugsanstalten. Neue Polizisten, ja, nachdem wir in den letzten Jahren deutliche Sprünge nach vorne gemacht haben, hätte ich mir, und das sage ich auch einmal hier ganz freimütig, gerne gewünscht, dass wir noch ein bisschen hätten mehr tun können. Aber irgendwo hat das natürlich auch seine Grenzen. Aber wir haben deutliche Schwerpunkte, die der Innenminister hier immer wieder vorgetragen und vorgestellt hat. Stichwort Kinderpornografie und andere Bereiche mehr, wo es weiterhin Aufwuchs des Personals geben wird. Auch das finde ich sehr wichtig. Und nicht zuletzt will ich auch noch einmal erwähnen, im Bereich der inneren Sicherheit, da gehört der Katastrophenschutz dazu, dass wir auch hier deutliche und weitere Schwerpunkte setzen. Ich könnte jetzt als ein Beispiel die Investitionen in die Landesfeuerwehrschule mit auch 13 neuen Stellen anführen und vieles andere mehr. Auch das ist ein wichtiges Signal in Richtung nicht nur Katastrophenschutz, sondern in Richtung auch des Ehrenamtes in unserem Land, auf das wir, wie ich finde, weiterhin sehr stolz sein können. Ja, und 4.000 neue Stellen für die Schule. Der Kultusminister hat sich gerade, ich finde, zu Recht echauffiert, indem er mal noch daran erinnert, Sie sagen, es ist schon lange her, er sagt, wie ich auch, es ist gut, dass es schon lange her ist, dass es einen SPD-Kultusminister gegeben hat. Das war der politische Teil, aber der Teil in der Sache, Herr Weiß und Kolleginnen und Kollegen der SPD-Fraktion, Sie können doch nicht von der Hand weisen, dass es ein solches Verhältnis noch nie gegeben hat. Und wenn Sie sich anschauen, dass wir um die 40.000 etwas weniger als 40.000 Stellen für die reine Unterrichtsversorgung, für die Grundunterrichtsversorgung brauchen und irgendwo jetzt auf 58.000, 59.000 Stellen zusteuern mit dem Paket, was wir jetzt im Doppelhaus vorgesehen haben, dann können Sie doch nicht allen Ernstes auch durch Zwischenrufe ständig von Unterrichtsausfall reden. Ja, am Ende gibt es auch mal eine Stunde Unterrichtsausfall, wenn der Mathelehrer krank ist und nicht so schnell ersetzt werden kann, wie wir uns das vielleicht in der nächsten Stunde wünschen. Aber Sie können doch angesichts dieses Verhältnisses nicht allen Ernstes glauben, dass Sie mit diesem Thema auch nur einen Punkt machen können, meine Damen und Herren, eine, ich finde, grandiose Leistung hessischer Bildungs- und Schulpolitik, auf die wir auch weiterhin verweisen werden. Und was wir jetzt tun, ist weiterer Ausbau der Ganztagsangebote, aber auch viele weitere Bereiche, die unmittelbar den Unterricht betreffen, die insbesondere auch Schulen in Umfeldern betreffen, wo soziale Indizes dazu führen, dass wir dort mehr Personal haben, wo es höhere Betreuungsbedarfe gibt und, und, und. All das können Sie behaupten, sei immer noch nicht genug. Auch das hat der Kultusminister gesagt. Ja, darf es ein bisschen mehr sein, ist eine Politik der Opposition, die uns seit vielen Jahren begleitet und die im Grunde bestätigt, dass wir dort eine, ich finde, großartige Entwicklung, gerade auch im Bereich der Bildung haben. Ja, und 120 neue Stellen in den Hochschulen, viele große Projekte, auch da spielt der Krieg eine Rolle. Ich will mal unter anderem auf FAIR von GSI, die Gesellschaft für Schwerihundenforschung in Darmstadt, die ein gigantisches Projekt dort entwickeln, verweisen, aber leider auch darauf hinweisen müssen, dass dadurch, dass 17 % Beteiligung Russlands an diesem Projekt, an diesem internationalen Projekt, natürlich dazu führen, dass die verbleibenden Partner, also auch die Bundesrepublik Deutschland und das Land Hessen, dort mehr investieren werden müssen, als uns das lieb und recht ist. Aber ich glaube trotzdem ein wichtiges Signal, Hessen ist und bleibt nicht nur ein Land mit großartigen Hochschulen, mit großartigen Instituten, mit großartigen Projekten für die Zukunft. Auch das gehört doch dieser Tage dazu, dass wir deutliche Signale auswenden, ja, wir haben eine Krise, aber wir schauen auch nach vorne und wir haben auch da und dort und an vielen Stellen Grund zur Zuversicht. Kolleginnen und Kollegen, der Ministerpräsident hat unter anderem neben vielen Punkten, die ich jetzt gerade in Staccato erwähnt habe, die sehr viel zu tun haben, auch mit klaren Aussagen zu seinem Amtsantritt, das Thema Pflege zu einem, ich finde, sehr wichtigen Punkt gesetzt. Ich glaube, ich muss hier niemandem angesichts der demografischen Entwicklung sagen, dass es dort Bedarfe gibt. Auch dort setzen wir einen neuen Schwerpunkt. Das ist für alle diejenigen, die glauben, dass am Rande von Krisen und all dem, was nach vorne zeigt, diejenigen vergessen, die dringend unsere Hilfe brauchen. Das sind ja nicht nur die Betroffenen selbst, sondern auch insbesondere deren familiäre Umfälle. Digitalisierung, 600 Millionen € im Doppelhaushalt in Richtung mehr Infrastruktur, aber auch in Richtung vieler großartiger Projekte. Ich bin der Ministerin, Prof. Sinemus, sehr dankbar, dass wir dort auch in einem sehr engen Dialog sind. Ja, und es gibt auch noch ein paar Funklöcher. Jetzt darf ich einmal sagen, ich war gerade einige Tage in den letzten Wochen in Niedersachsen unterwegs. Sie können vermuten, warum. Ich will sowohl in Nordrhein-Westfalen als auch in Niedersachsen feststellen, dass ich dort zwischenzeitlich Telefonate einfach unterlassen habe, weil es offenkundig keinerlei Verbindung gab. Das kenne ich so in Hessen und wirklich an ganz, ganz wenigen Flecken, möglicherweise irgendwo im Kellerwald und drumherum. Aber im Ernst, niemand wird bestreiten, dass es da noch die eine oder andere Baustelle gibt. Ich glaube, wir beide sind uns sehr einig, dass wir dort die letzten Lücken schließen müssen. Und deswegen nehmen wir auch für den Ausbau mit Mobilfunk, aber auch für alles andere, das wir hier häufig diskutieren, sehr, sehr viel Geld in die Hand. Ja, und die klassische Infrastruktur, der Straßenbau auf Rekordhöhe, der Radwegebau auf Rekordhöhe, auch darüber wird immer wieder gestritten, Herr Dr. Naas, und ich glaube, es wird auch zukünftig viele Debatten darum gehen, sind denn die von Ihnen gezählten Kilometer übereinstimmend mit dem, was wir so alles am Mitteln vorgesehen und am Baustellen haben. Ich finde, ich kann auch dort vielleicht nur einmal als hin und wieder Hobbyradfahrer sagen, ich erlebe jedenfalls subjektiv viele Verbesserungen, und es sagen mir auch viele, dass es deutlich Verbesserungen seit vielen Jahren in Hessen im Radwegebau gibt. Und hin und wieder empfehle ich dann auch Ihnen vielleicht einmal das Rad zu benutzen, um das selbst festzustellen. Kolleginnen und Kollegen, nicht zuletzt die hessischen Kommunen. Ja, wir haben natürlich eine enorme Erwartungshaltung der Kommunen, die auch mit krisenbedingten Folgen zu kämpfen haben. Ich will auch hier noch einmal sehr deutlich sagen, noch nie hat es so viel Geld und so viel Unterstützung des Landes in Richtung der Kommunen gegeben. Wir haben im hessischen Finanzausgleichsatz für das Jahr 2024, das hatten wir im Gesetz so vorgesehen, wie Sie wissen, Mehreinnahmen von 628 Millionen €. Die kommunalen Spitzenverbände hatten uns gebeten, dass wir diesen Betrag aufteilen, einmal 300 Millionen € im Jahr 2023, einmal 328 Millionen € im Jahr 2024. Das Gesetz werden wir in diesen Tagen im Landtag diskutieren. Aber ich glaube, da dürften wir alle miteinander einig sein, dass diese Aufteilung Sinn macht und wir das im Finanzausgleichs hinterlegen. Damit erreicht das KFA, das Volumen des Kommunalen Finanzausgleichs, 2023 sage und schreibe 6,9 Milliarden €. Kolleginnen und Kollegen, manche erinnern sich noch, sind so lange im Landtag. 2010, das ist ja vielleicht ein gutes Datum, um einmal zu schauen, was sich danach entwickelt hat, waren wir bei 3 Milliarden €. Das ist mehr als eine Verdopplung der Unterstützung der kommunalen Familie, die dringend erforderlich geboten ist, aber vielleicht hin und wieder auch einmal von der Opposition anerkannt werden sollte. Sie wissen aus anderen Vorträgen, dass wir bei den Besoldungsanpassungen ein Plus über das hinaus, was normalerweise der Fall wäre, von 3 % vorsehen. Natürlich kennen wir alle gemeinsam die Problematiken, die alle Länder haben, auch das Land Hessen, mit einer anhängigen Klage in Karlsruhe, dass die Besoldung nach Auffassung des Verwaltungsgerichtshofs und anderer Entscheidungen nicht verfassungskonform ist. Also, wir kennen auch dort unsere Verpflichtungen. Ich finde, es gibt gute Gespräche, was ich höre, zwischen dem Innenminister und den betroffenen Beschäftigten in Hessen, den Beamtinnen und Beamten, und insofern auch dort ein deutliches Signal, dass wir nicht nur das Problem erkannt haben, sondern schlichtweg handeln. All das führt in einem doppischen und sehr transparenten Haushalt zu enormen Mehrrückstellungen, wie Sie lesen werden und können, bei dem, was wir anders als alle anderen Länder schaffen, nämlich am Ende einen klassischen Haushalt, wie ihn jedes große Unternehmen hat. Rückstellungsaufwand, immerhin von 5,3 Milliarden €, der schon sehr deutlich sagt, welche Anstrengungen wir dort aktuell tätigen und vor allen Dingen natürlich auch, welche Belastungen damit in der Zukunft einhergehen. Aber ich glaube, es gibt in dieser Frage keinen Grundsatzstreit. Möglicherweise wird auch dort eher die Opposition sagen, es müssten noch ein bisschen mehr sein. Damit leben wir dann. Aber ich glaube, ich habe, und wir alle wissen, dass die Rahmenbedingungen dieses Doppelhaushalts ausreichend dargelegt. Ja, leider haben wir eine auch unerfreuliche Entwicklung, das sind die Zinstitel. Wir haben ja nachher noch den Landesschuldenausschuss. Ich glaube, dass Sie alle erwartet haben, dass wir jetzt mit Blick auf die letzten Monate, was die Zinstitel anbelangt, halt deutliche Steigerungen haben. Wir haben Gott sei Dank eine mittelfristige Planung dort in unserer sogenannten Schuldenabteilung bzw. dem Reparat für den Kreditmarkt mit Herrn Dr. Labermeyer, den ich hier schon einmal namentlich erwähnt habe, und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Natürlich gemeinsam mit Herrn Dr. Rüdiger, der heute hier ist als Abteilungsleiter Haushalt, eine tolle Truppe, die sich tagtäglich, wirklich stündlich mit den Entwicklungen auf dem Kapitalmarkt beschäftigt. Ich glaube, in weiser Voraussicht dafür gesorgt hat, dass wir eine relativ lange Zinsbindungsdauer zur Zeit haben. Also, die Mehrzinsen, die Mehrzinsen. Ja, schön, dass Sie den Barwert ansprechen, Herr Dr. Naas. Darauf komme ich zu gegebener Zeit zurück. Da können Sie sehr sicher sein. Herr Staatsminister, ich darf Sie nur an die vereinbarte Redezeit erinnern. Frau Präsidentin, da können Sie sehr sicher sein, Herr Dr. Naas. Ich glaube, dass wir zumindest einmal darauf aktuell verweisen können, dass der Rechnungshof schon immer erklärt hat, dass auf lange Sicht die Rechnung dort deutlich anders aussehen könnte. Im Moment spricht einiges dafür, dass das tatsächlich am Ende auch der Fall sein wird. Ja, wir haben also steigende Zinsen, und die werden natürlich berücksichtigt in den Prognosen, die es dazu gibt, allerdings Gott sei Dank den Doppelhaushalt noch nicht ganz so belasten. Insofern, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, werden wir in den nächsten Tagen natürlich noch einiges Miteinander und Wochen zu diskutieren haben. Wir werden zu diskutieren haben, sobald die Novembersteuerschätzung vorliegt, ob das, was die Mai-Steuerschätzung an sehr positiven Ausblick uns ermöglicht hat, Fortbestand hat. Ich darf heute einmal einen Zwischenbericht geben und sagen, im Moment spricht einiges dafür, dass die Mai-Steuerschätzung relativ nah an der Wahrheit war, mit unterschiedlichen Facetten der unterschiedlichen Steuerarten, aber in Summe wir im Moment von einer sehr hohen Einnahmesituation bei Steuern durchaus profitieren. Das will ich nicht verhehlen. Insofern weiß ich heute schon, wird natürlich auch die Begleitmusik der Opposition wieder sein. Bei so vielen Mehreinnahmen müsste doch eigentlich auch noch sehr vieles möglich sein, was man mehr verausgaben kann. Ich habe Ihnen versucht, heute einige der wesentlichen Züge der Landesregierung in Verbindung mit diesem Doppelhaushalt darzulegen. Aber ich will auch für das laufende Jahr sagen, zunächst einmal haben wir in diesem Jahr noch immerhin 987 Millionen Kreditfinanzierung aufgenommen. Das hat noch etwas mit der Pandemie und der Corona-Krise zu tun und den Folgen. Ich bin ganz guter Dinge, dass wir einen Teil davon hoffentlich nicht werden in Anspruch nehmen können, weil die Steuereinnahmen so sind, wie sie sind. Für die nächsten Jahre, für das nächste Jahr planen wir immerhin weiterhin mit einer Null, trotz aller noch offenen Fragen, die im Zusammenhang insbesondere mit dem sogenannten Entlastungspaket der Bundesregierung verbunden sind. Insofern will ich zum Schluss kommen, Frau Präsidentin, und nicht vergessen, dass ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr herzlich danken. Ich habe eben ein paar Namen genannt, die stellvertretend dafür stehen und die angesichts der aktuellen Ereignisse auch in Berlin und in anderen Ländern wirklich tagtäglich auch noch Veränderungen bis zum letzten Tag vor dem Kabinettsbeschluss dieses Entwurfs zu fertigen hatten, aber seitdem einfach weiter gefordert sind. Vielen Dank an alle, die dort teilweise wirklich auch mal eine Nacht und ein Wochenende oder mehrere Wochenende durcharbeiten müssen. Ich will ein deutliches Signal dahingehend senden, dass wir eine Krise haben, die kurz einer anderen Krise folgt, die auch noch nicht ganz zu Ende ist. Insofern will ich deutlich machen, mir wäre es sehr lieb, Herr Rudolph, ich habe Sie eben erwähnt, mit der grundsätzlich positiven Kommentierung nach dem Sozialgipfel, wenn wir in den anstehenden Beratungen hier im Parlament, in den kursorischen Lesungen natürlich auch jede Möglichkeit der Fragestellung durch die einzelnen Haushaltspolitiker in den einzelnen Ressorts möglich machen und hoffentlich keine Fragen offen bleiben, in den nächsten Monaten halt uns gemeinsam unter demokratischen Fraktionen dieses Hauses vornehmen, dass wir eine gemeinsame große Aufgabe haben, nämlich ein deutliches Signal nach draußen zu senden. Ich hatte es eingangs erwähnt, dass Deutschland, aber ganz besonders das Bundesland Hessen als eines der stärksten und erfolgreichsten Länder in der Bundesrepublik Deutschland in der Lage sind, auch mit großen aktuellen Herausforderungen umzugehen. Da lade ich Sie alle ein, reiche Ihnen die Hand. Danke den Kolleginnen und Kollegen in den Ressorts für das ein oder andere Verständnis. Ja, wenn es in den Chefgesprächen nicht immer am Ende so war, dass die Ressortkollegen mit all ihren Vorstellungen und Wünschen denn auch das Gespräch verlassen konnten und wir grüne Haken dort an deren Vorstellungen auch finanziell gemacht haben, ist die Aufgabe eines Finanzministers, gemeinsam mit dem Kabinett, gemeinsam mit den Ministerpräsidenten, aber allen Kolleginnen und Kollegen, auch in den Regierungsfraktionen, am Ende zu einem guten Gesamtbild zu kommen. Das ist, glaube ich, da habe ich heute schon sagen, gelungen. Ich will allen sehr, sehr herzlich danken für diese tolle Zusammenarbeit. Mir macht es weiter riesengroßen Spaß. Ich habe mir vorgenommen, Herr Weiß, auch künftig in dieser Koalition Presseerklärungen und Pressekonferenzen zur Vorstellung weiterer Haushalte so zu gestalten, wie wir das in diesem Jahr gemacht haben. Wir wollen uns jedenfalls ganz viel Mühe geben, Herr Weiß, dass es wieder so sein wird, wie es in diesem Jahr der Fall gewesen ist. Danke fürs Zuhören. Sehr geehrter Herr Staatsminister, vielen Dank für die Einbringung. Sie liegen mit Ihrem Redebeitrag nun genau fünf Minuten über der vereinbarten Redezeit. Gemäß § 73 Absatz 1 unserer Geschäftsordnung wächst damit den Oppositionsfraktionen fünf Minuten Redezeit hinzu. Mit diesem Hinweis darf ich nun Herrn Abg. Weiß das Wort erteilen. Da kann ich alles wieder reinnehmen, was ich eigentlich rausschreifen wollte. Mensch, das kann ich ja nicht ändern. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zu Beginn von Haushaltsberatungen gehört es sich, dass man einen Blick auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wirft, in denen man politisch agiert und auf die es zu reagieren gilt. Die sind herausfordernd. Wir haben die Pandemie noch immer nicht überwunden. Wir haben massive geopolitische, energiepolitische und migrationspolitische Folgen durch den staatsterroristischen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Wir haben eine galoppierende Inflation. Und wir haben die Daueraufgabe der Bekämpfung des Klimawandels und der Transformation unserer Wirtschaft. All dies bedingt ein energisches, konsequentes und schnelles Handeln der politisch Verantwortlichen, damit dieses Land zusammengehalten wird und die Sorgen der Menschen nicht von Demokratieverächtern für ihre Zwecke kanalisiert werden. Die Bundesregierung hat in diesem Jahr zur Krisenbewältigung enorme Hilfen aufgelegt und dabei Hunderte Milliarden € in die Hand genommen, die den Menschen unmittelbar zugutekommen und dabei insbesondere Menschen mit geringen Einkommen unterstützen werden. Wir müssen uns heute darüber unterhalten, wie und welchen Teil das Land tragen kann und muss, um die vor uns stehenden Herausforderungen zu bewältigen. Hessen hat Möglichkeiten dazu. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in den ersten acht Monaten des laufenden Jahres 2022 haben die Länder fast 24 Milliarden € Überschuss gemacht. Sie stehen deutlich besser da als der Bund. Hessen erwartet nächstes Jahr 2,4 Milliarden € mehr Steuern als in diesem Jahr. Das ist ein Zuwachs von fast 10 %. Das liegt daran, dass wir eine starke Wirtschaft und einen starken Arbeitsmarkt haben, die den Krisen noch trotzen. Der Anteil dieser Landesregierung und dieses Finanzministers an der Entwicklung ist dagegen bei Null. Das sind quasi Zufallsgewinne, wie man neudeutsch sagt, Herr Boddenberg. Die Situation bei den Steuereinnahmen ist ausgesprochen erfreulich. Deswegen ist auch die Schuldenbremse kein Thema in Hessen. Faktisch ist es angesichts dieser Situation gar kein Problem, den Ausgleich in 2023 ohne Nettokreditaufnahme oder Griff in die allgemeine Rücklage hinzubekommen. Das ist keine Leistung, die selbst Lob rechtfertigt, Herr Boddenberg. Angesichts der weiteren Entwicklung, die das Land bis 2026 sogar mit 6,5 Milliarden € mehr planen lassen können, müssen Sie sich aber zugleich fragen lassen, warum Sie in 2024 für einen Haushaltsausgleich 190 Millionen € aus der Rücklage entnehmen müssen, die damit so gut wie aufgebraucht ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Minister Boddenberg übergibt der Nachfolgeregierung eine leere Kasse. Das steht mit diesem Doppelhaushalt fest. Wer so agiert, der geht ganz offensichtlich davon aus, dass er mit der Aufstellung des Haushalts 2025 nichts mehr zu tun hat. Zumindest an diesem Punkt sind wir uns einig, Herr Boddenberg. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Maßnahmen, die in dem Haushalt stehen, sind angemessen, um auf die Herausforderungen, vor denen das Land steht, zu reagieren. Diese Frage müssen wir uns stellen. Wir kommen zu dem Schluss, dass das nicht so ist. Ich will Ihnen das nachfolgend an Beispielen erläutern. 4.000 neue Lehrerstellen haben Sie eben wieder schön plakativ in den Raum gestellt. Mit Zahlen ist das bei dieser Landesregierung so eine Sache. Wenn Minister Al-Wazir uns beispielsweise mit Zahlen kommt, dann herrscht bei uns schon immer eine gewisse Grundskepsis. Tobias Eckert weiß, wovon ich rede. Eine begründete Grundskepsis. Bei Minister Lorz ist es mittlerweile so, dass wir ihm schlicht gar keine Zahlen mehr glauben. Dieses Misstrauen hat er sich hart erarbeitet. Bei den Anmeldungen der Ressorts für das Sondervermögen hat sich Herr Lorz um sage und schreibe 145 Millionen € verschätzt, so viel wie kein anderer Minister. 10 % der TV-H-Kräfte haben Sie als zusätzlichen Corona-Bedarf angemeldet. Am Ende wurden es nur 3 %. Selbst die haben Sie nicht geschafft, zu besetzen. In 2020 konnten 372 Millionen € für Personal nicht ausgegeben werden, unter anderem, weil Herr Lorz seine Stellen nicht besetzen konnte. In 2021 gab es eine Haushaltsverbesserung von unglaublichen 3,2 Milliarden €, unter anderem, unter anderem, weil Herr Lorz seine Stellen nicht besetzen konnte. Im Haushalt 2022 stehen 220 neue Lehrerstellen im Haushalt, und auch die werden Sie nicht alle besetzen können, Herr Lorz. Ihre angemeldeten Lehrerstellen in den Haushaltsplänen sind seit Jahren Luftnummern, Herr Lorz. Jetzt melden Sie ernsthaft 4.000 Lehrerstellen an, dass nahezu 20-fache der Stellen, die in diesem Haushalt stehen, die Sie schon in diesem Jahr nicht besetzen können. Herr Lorz, Herr Boddenberg, wen wollen Sie eigentlich auf den Arm nehmen? Das frage ich mich ganz ernsthaft an die Darstelle. Von denen, die sich ein bisschen mit Kultuspolitik im Land auskennen, weiß jeder, dass das völlig illusorisch ist. Weiß jeder, dass das reine Phantomstellen sind. Weiß jeder, dass Sie die Zahl von 4.000 nur für die CDU-Wahlplakate im nächsten Jahr brauchen. Weiß jeder, dass das bloß Potiemkinsche Dörfer sind, bloße Pappkameraden für eine heile Schulwelt, die die bildungspolitische Wüste dahinter verdecken soll. In der Realität ist es doch so, dass Lehrer- und Schulleiterstellen, die da sind, nicht besetzt werden können, weil sie seit Jahren nicht in der Lage sind, die Kultusverwaltung ordentlich aufzustellen, Herr Lorz. Schulleiterstellen sind teils über Jahre vakant, weil die staatlichen Schulämtern personell so am Stock gehen, dass sie die Besetzungsverfahren nicht hinkriegen. Die Leitung des für meinen Kreis zuständigen Wiesbadener Schulamts ist schon lange unbesetzt und wird im Moment vom Leiter des Schulamts Darmstadt mit einer halben Stelle mit übernommen. Mit einer halben Stelle. Das ist die Realität. Wir reden nicht über einmal eine Stunde Unterrichtsausfall, wie Sie es gerade genannt haben, Herr Boddenberg. Wir reden über ganz etwas anderes. Gerade letzte Woche hat mich ein von 230 Eltern einer Grundschule meines Kreises unterschrieben, einer Brief erreicht, der zur Beschwerde an das Wiesbadener Schulamt gegangen ist. Eine Lehrerin hat wegen einer Schwangerschaft ein sofortiges Beschäftigungsverbot bekommen, und statt dass es Ersatz gab, wurden die Grundschulklasse auf drei andere Klassen aufgeteilt. Dort sitzen jetzt 32 Schüler in einer Klasse statt die maximal erlaubten 25. Solche Beispiele gibt es nicht nur bei mir, die kann Ihnen jede und jeder meiner Fraktionskollegin aus Ihren Städten und Kreisen in Hessen nennen. Das ist die Realität in hessischen Schulen, Herr Lorz. Statt Phantomzahlen in einen Wahlkampfhaushalt zu schreiben, sollten Sie endlich dafür sorgen, dass die Lehrerinnen und Lehrer in Hessen bessere Arbeitsbedingungen bekommen und dass die Kräfte an den Grundschulen besser bezahlt werden. Selbst in Bayern gibt es jetzt die A 13, wie in vielen Ländern auch, in Hessen nicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Thema neue Stellen hat der Finanzminister bei diesem Haushaltsentwurf stark betont. Daher will ich das auch gerne noch einmal am Beispiel des Justiz- und am Beispiel des Innenhaushalts beleuchten. Für den laufenden Haushalt 2022 hatten die Fraktionen von CDU und GRÜNEN 15 neue Stellen für die Rechtspflege beantragt. Im neuen Haushalt schlägt Minister Poseck nun fast 500 neue Stellen vor. Natürlich konnte Minister Poseck nicht hinter die Forderungen zurück, die der OEG-Präsident Poseck noch letztes Jahr erhoben hat. Aber da Sie die Praxis kennen, Herr Poseck, und wer kennt die, wenn nicht Sie, dann wissen Sie natürlich auch, dass diese Zahl illusorisch ist und nicht zu besetzen sein wird. Weder gibt es die Juristen dafür auf dem hessischen Markt, noch sind die Arbeitsbedingungen bei uns so, dass wir sie im Länderwettbewerb von anderen Bundesländern gewinnen können. Da liegt noch ein Problem, und das wissen Sie, Herr Poseck. Wir haben einen Standortvorteil, und in Hessen sind die Wartezeiten für Referendariatsplätze. Die sind in Hessen deutlich kürzer als bei anderen Bundesländern. Das heißt, wir kriegen Referendare gerade im Rhein-Main-Gebiet von anderen Bundesländern aus Bayern, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg. Die bleiben aber nicht hier, sondern die gehen nach dem zweiten Staatsexamen wieder zurück, weil die Ausgestaltung der Richter- und Staatsanwaltsberufe in anderen Ländern viel attraktiver ist, z. B. die Wahl des Einsatzortes oder die Arbeitsbedingungen. Herr Poseck, wir würden uns wünschen, dass die vorgesehenen Stellen alle besetzt werden können. Aber das wird aus diesen Gründen so nicht sein. Wir würden uns wünschen, dass wir neue Juristen für den Landesdienst gewinnen, weil die Bedingungen so attraktiv sind und nicht, weil die Einstellungs- hürden dafür immer weiter abgesenkt werden. Herr Boddenberg hat es eben erwähnt. Erstmals wurde der Haushalt nicht nur vom Finanzminister alleine vorgestellt, sondern gleich zu dritt. Der Noch-Ministerpräsident und der Möchtegern-Ministerpräsident waren auch gleich mit dabei. Bei einem Wahlkampfhaushalt achtet jeder auf die korrekte, farbliche Austarierung. Das Thema Lehrerstellen wurde als wahlkampfrelevant priorisiert. Den neuen Justizminister konnte man natürlich nicht direkt desavouieren. Da blieb für ein drittes CDU-Ressort auf dem schwarz-grünen Wunschzettel leider kein Stellenaufwuchs mehr übrig. Herr Boddenberg, ich musste wirklich zweimal hinschauen, als ich die Zahl in der Pressemitteilung zu Ihrem Haushalt las. 40 neue Stellen für die Polizei, die nicht zweckgebunden sind. Das war ein Doppelhaushalt. Das sind 20 Stellen pro Jahr. Wenn man in den Haushalt hineinschaut, dann sieht man, dass selbst diese 20 Stellen wahrscheinlich gar nicht in der Fläche ankommen werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Beuth, das ist ein Schlag ins Gesicht der fleißigen Polizeibeamtinnen und Beamten in den hessischen Polizeidirektionen und Polizeistationen, in den Städten und Kreisen, die jeden Tag für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger die Knochen hinhalten und denen Schwarz-Grün mit diesem Haushalt sagt, ihr habt in den nächsten zwei Jahren keine Verbesserung eurer Situation zu erwarten, nicht von dieser Landesregierung, nicht von diesem Innenminister. Ich finde das beschämend, liebe Kolleginnen und Kollegen, schlicht beschämend. Es sind aber nicht nur die CDU-beführten Ministerien, deren Etats den Anforderungen nicht gerecht werden. Alle drei hessischen Kommunalen Spitzenverbände fordern für den Doppelhaushalt ein stärkeres finanzielles Engagement dieser Landesregierung, und zwar vor allem in den grün verantworteten Bereichen Gesundheit und ÖPNV. Die kommunalen Träger mussten während der Pandemie in hohem Maße Defizite ihrer Krankenhäuser ausgleichen. Ebenso wie die hessische Krankenhausgesellschaft fordern die Spitzenverbände mehr Investitionszuweisungen des Landes in Höhe von mindestens 150 Millionen €. Sie fordern das nicht zum ersten Mal, Herr Klose. Seit Jahren tragen die Kommunen vor, dass Hessen bei den Ländern vorletzter ist, was die Investitionskosten aus eigenen Landesmitteln angeht. Seit Jahren kommt Hessen seiner Finanzierungsverantwortung nicht nach. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist schon in normalen Zeiten fahrlässig. In einer Pandemie ist das untragbar, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kai Klose wird den Bedarfen des Gesundheitsstandorts Hessen nicht gerecht, dafür aber wieder einmal seinem Ruf als überforderter Minister dieses Kabinetts. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD und der LINKEN sowie bei Abgeordneten der SPD und der LINKEN Tag 819 vom Nordåts der LINKENini und der LINKEN sowie bei Abgeordneten der LINKEN sowie bei Britannik lurkapp forestiert. Das ist die Wahrheit, liebe Kolleginnen und Kollegen! Beifall bei Abgeordneten der LINKEN und der LINKEN sowie bei Abgeordneten der LINKEN sowie bei Abgeordneten des BÜNDNISSES von lab contrast integriert sincer – das sind 3 % originäre Landesmittel für den ÖPNV. Man kann es gar nicht oft genug wiederholen. Herr Dr. Nimmermann, Sie richten ihn uns nicht glauben, Herr Al-Wazir oder Frau Dr. Bundesländern aufgelistete Tabelle vorgelegt, wie viel Bundes- und Landesmittel jeweils in den ÖPNV fließen. In 2021 ist Hessen schlusslich der westdeutschen Flächenländer, was den prozentualen Anteil angeht. In 2022 haben Sie trotz Extraleistung aus dem Sondervermögen nicht einmal den Durchschnitt der Flächenländer geschafft. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn man nach neun Jahren im Amt fast eine halbe Milliarde Euro Unterdeckung in seinem ÖPNV hat, dann ist das schlicht ein Armutszeugnis für einen grünen Verkehrsminister. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Minister Boddenberg hat zu Beginn seiner Rede den Blick nach andernorts gewendet. Die SPD-Fraktion hat der Landesregierung mehrfach die Hand gereicht, um sinnvolle Maßnahmen gegen die Krise unter den demokratischen Fraktionen gemeinsam zu tragen. Das ist unser Anspruch an eine verantwortungsvolle Oppositionsarbeit. Ich wünschte mir, dass das auch andernorts so mancher beherzigen würde. Beifall CDU und BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zurufe SPD und Freie Demokraten Unser Fraktionsvorsitzender hat dem Ministerpräsidenten auch Unterstützung angeboten, als er vorletzten Freitag einen 200-Millionen-Euro-Fonds für Hessen angekündigt hat. Dazu stehen wir auch weiterhin. Wir erwarten aber, dass wir dafür verlässliche Informationen bekommen, wie denn dieses Paket finanziert werden soll. Herr Boddenberg, was Sie dazu bisher gesagt haben, ist leider völlig unzureichend. Sie konnten im Haushaltsausschuss letzte Woche Mittwoch noch nicht einmal auf meine Nachfrage sagen, ob diese 200 Millionen Euro aus dem laufenden Haushalt oder erst aus dem kommenden Haushalt kommen sollen. Nicht einmal das konnten Sie sagen. Jetzt haben Sie es eben in der Rede gesagt. Wenn die 200 Millionen Euro aber erst aus dem angeblichen Puffer kommen sollen, der im Haushalt 23 drin ist, dann will ich Ihnen sagen, dass das aus unserer Sicht wahrscheinlich zu spät ist. Der Haushalt wird erst Ende Januar beschlossen. Da ist der Winter schon zu zwei Drittel rum. Die Tafeln und Sportvereine brauchen aber jetzt Hilfe, liebe Kolleginnen und Kollegen, und nicht erst Ende Januar. Noch etwas. Die 200 Millionen Euro, die im Entwurf stehen, sind gar nicht ordentlich finanziert. Sie sind Teil der 450 Millionen Euro globale Minderausgabe, die im Entwurf stehen. Das bedeutet, dass den 200 Millionen Euro, die Sie hier als Sonderpaket und Hilfspaket verkaufen, überhaupt keine Erträge im Haushalt gegenüberstehen, sondern Sie diese durch Einsparungen aus dem Haushaltsvollzug erst erwirtschaften müssen. Das ist schon eine merkwürdige Art der Krisenfinanzierung, meine Kolleginnen und Kollegen. Das zeigt, dass in diesem gesamten Doppelhaushalt null Vorsorge für die Krisenbewältigung in den nächsten beiden Jahren getroffen wird. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zuruf des Abg. Janine Wissler – Ja, ist doch so. Sie sprechen doch gerade mit Ihren Kollegen. Sie wissen doch, was auf Bundesebene jetzt verhandelt wird, auf Bundesratsebene, auf Bundesländerebene jetzt verhandelt wird und was wahrscheinlich auf die Länder an zusätzlichen Kosten vorkommt. Wo ist denn Vorsorge in diesem Haushalt für diese zusätzlichen Kosten? Nichts davon ist da. Nichts ist vorgesorgt für eventuelle Kofinanzierungsmittel für Bundesprogramme. Nichts dergleichen, Herr Reit. Dieser Haushalt entspricht nicht der Leistungsfähigkeit dieses starken Bundeslandes und zeigt einmal mehr, dass Schwarz-Grün dieses Land unter Wert regiert. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, dies ist zum Glück der letzte Haushalt dieser Landesregierung. Daher ist zum Schluss ein kleiner Rückblick auf das angezeigt, was von Schwarz-Grün bleibt. Mir sind da vor allem zwei Sachen, die in den Sinn kommen. Erstens steht Schwarz-Grün für etliche verlorene Gerichtsverfahren. Beim Videokonferenzsystem für die Schulen hat das OLG Frankfurt Vergabefehler beanstandet. Ebenfalls Kultusminister Lorz hat die Zusammenarbeit mit DITIB rechtswidrig aufgekündigt. Das bescheinigte ihm das VG Wiesbaden. Bei der Beamtenbesoldung bekam Innenminister Beuth eine Niederlage vor Gericht. Das von ihm verantwortete Gesetz ist laut VGH Kassel verfassungswidrig. Ebenfalls der VGH Kassel erklärte den Teilplan Erneuerbare Energien des grünen RP Darmstadt vernichtigt. Minister Al-Wazir und Ministerin Hinz griffen in die Berufungsbegründung ein, wodurch ein Schaden von über 30 Millionen € für das Land droht. Ministerin Hinz verlor vor Gericht, weil sie gegen die politische Neutralitätspflicht verstoßen hat. Gerade diese Woche mussten Innenminister Beuth und sein Verfassungsschutz vor Gericht zurückrudern. Nicht zuletzt haben Finanzminister Boddenberg und Ministerpräsident Bouffier vor dem Staatsgerichtshof verloren. Ihr 12-Milliarden-Schatten-Haushalt ist mit der Verfassung nicht vereinbar. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Die Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit wird beklagt. Wegen der Rechtsstellung des LKA-Präsidenten als politischen Beamten wird das Hessische Beamtengesetz beklagt. Die Kommunen klagen gegen die Heimatumlage, mit der Schwarz-Grün ihnen jedes Jahr 400 Millionen € weggenommen hat. Die FAZ hat zu dieser Sammlung kommentiert, wenn sich die Landesregierung vor den Gerichten gleich reihenweise Niederlagen einfängt, stellt sich die Frage nach der Qualität der staatlichen Handels. Liebe Kolleginnen und Kollegen, man kann es auch anders ausdrücken. Schwarz-Grün kann es einfach nicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn jeder Richter, der schon einmal Urteile gegen diese schwarz-grüne Landesregierung gefällt hat, zum Minister befördert worden wäre, hätte man hinter mir gleich noch eine komplette dritte Reihe anbauen können. Das Zweite, was bleibt, ist das Eigentliche, wofür Schwarz-Grün steht, wirkungslose Ankündigungen. Da sitzen die Ankündiger, und da sitzen die Wirkungslosen. Lärmobergrenze angekündigt, wirkungslos gemacht. Informationsfreiheitsgesetz angekündigt, wirkungslos gemacht. Klimaschutzgesetz angekündigt, wirkungslos gemacht. So kann ich die Liste reihenweise fortführen. Ein Bürgerbeauftragter angekündigt, seit anderthalb Jahren nicht besetzt. Ein Lobbyregister angekündigt, kommt lediglich als Anhang an die Geschäftsordnung. Ein Versammlungsgesetz, kommt es auf den letzten Drücker doch noch? Ein Verkehrswendegesetz, kommt es denn jetzt oder nicht? Man hört, dass die GRÜNEN es ankündigen wollen. Man hört, dass die CDU es nicht will. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Liste, von Ankündigen und wirkungslos machen, ließe sich lange fortführen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Schwarz-Grün steht für neun Jahre wirkungsloses Ankündigungen. Es wird Zeit, dass die Ankündiger ins Umsetzen kommen, und es wird Zeit, dass die Wirkungslosen diese Landesregierung endlich verlassen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Weiß. Vielen Dank. Vielen Dank.